Das ist das Wesen, das ist das Wesen, das ist das Wesen. Das Wesen, 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 das Wesen Ich bin nicht richtig, dass man die Bruch von den Typen aufbauen kann. Ich bin nicht so geplant, dass ich das hier. Ich bin nicht so geplant. 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 Habt ihr die Sagen gelesen, alle neun? Ja, aber die Sagen müssen nicht gelesen. Ich habe die jetzt abgefunden. Habt ihr die normalen Sagen gelesen? Nein, ich glaube nicht. Ich habe mich gar nicht aufgefunden. Die Ausgabe hat den Türmer von Sagen Stefan. Die haben uns die Sachen von Feuer angestellt. Früher hat er noch ein Feuer gemacht. Ja. Wir haben noch ein bisschen aufgefunden, ich will das auch für den Türmer stoßen. 130. Einmal noch ein bisschen aufgefunden. Ich habe noch ein bisschen aufgefunden. Ich habe noch ein bisschen aufgefunden. Wir wollen die Sagen gelesen. Woher kommt der Schäumer? Ich meine, früher immer die Sänger, also die Sänger durchgegeben. Wer wurde als Stifter des Steffers in der Seite entschieden? Rudolf, so geht es in der Stiftung. Entfernung. Rechts. Geben in diesem Ort befindet sich das Gleiche. 0,5. Österreichischer Widerstand legen kann uns unter. Ön ist sein Ziel. Der Widerstand ist in der Stiftung statt dem Alphabet. Der Widerstand steht für den Adäters in der Stiftung. Der Widerstand sitzt in der Siege und unter. Sie hat keine soziale Ruble. Sie hat einen Limon auszuladen. Kommer in der Stiftung. Sie haben eine Impfung wegen der Schmerzen. K bills Company zur Stiftung. Die Stiftung steht für ein Jahrgang mit, und die Maschinen für ein WD-Widerstand auch schlust. Der Widerstand hat sich für ein Jahrgang mit, Sie sind nicht, dass es keine Worte gibt. Sie sind nicht, dass es keine Worte gibt. Aber die Worte nicht nur ausgeliefert. Sie sind ja auch die Worte hier. Sie sind ja auch die Worte. Sie wurden beim Ratser stehen. Sie ist hier ein paar Worte. Warum wurde diese Flüchtlinge gekämpft? Wow, das ist gut! Herr Sohn, ich werde mich auch nicht mehr fragen. Ich werde mich auch nicht mehr fragen. Vielen Dank.